Ja, hi Community! Ich bin's wieder, euer Aerys und ich möchte euch heute gerne mal etwas den Healduinen näherbringen für den Mystic Plus Content. Sprich, meine Absicht ist es, ja, euch zu zeigen, was alles so möglich ist in kritischen Situationen, wie ihr idealerweise viel Burst Heal raushaut, wie ihr viel Gruppenheilung spammen könnt in einem kurzen Zeitraum, wie ihr permanenten Gruppen Heal spammen könnt. Hab dazu mal ein paar Videos vorbereitet von den letzten Mystic Plus Runs, die wir getan haben und hoffe, dass ich es euch so etwas näher beibringen kann. Was heißt Heal Druiden Guide? Das ist ein persönlicher Guide von mir, wie ich den Druiden Spiele in den Mystic Plus Content. Ich halte mich nicht an amerikanische oder englisch sprechende Spieler, wie es die meisten tun, sondern, ja, ich habe schon gewisse Guides, die ich mir angucke, die ich dann auch probiere nachzuhaben und probiere sie dann einfach nur auf mein Spiel ja quasi abzugraden. Kann man das so nennen? Ich denke schon. Der Guide umfasst die Sekundärattribute, die Talente und zwei, drei Videos habe ich auch noch mal reingepackt, wo wir bestimmte Situationen noch mal durchsprechen können. Makros habe ich jetzt nicht als Healer Druide, ist nicht zwingend notwendig. Ähm, Addons benutze ich auch nur die Curses und normale der Sleep Boss Mods Addons. Interface habe ich nicht großer Themen gebaut, seht ihr ja. Daher alles beim alten, wie bei den anderen Guides zuvor auch. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir doch glatt mal an. Nehmen wir uns die Talente vor. Die Talente an sich habe ich so angepasst, ähm, wie es derzeit mit den Afixen immer so läuft. Ähm, letzte Woche hatten wir Beamt. Das ist der Guide von letzter Woche. Beziehungsweise nicht der Guide von letzter Woche. Jetzt fange ich schon wieder an. Das sind meine Talente für letzte Woche. Ähm, da habe ich mit, ähm, den zwei Aufladungen für rasche Heilung gespielt, weil ich einfach öfter mal Instant Teals gebraucht habe, um Damage-Dealer zum Beispiel am Leben zu halten, die permanent gekuschelt haben. Ja, das gehört einfach dazu. Bei random Gruppen ärgert euch nicht darüber, das ist, ähm, die normale Realität. Äh, als 30er Talent habe ich in der Afix Woche Wild Attacke genutzt, habe ich grundsätzlich auch immer drin, weil es euch einfach Möglichkeiten gibt, äh, schnell in Kämpfen reinzukommen oder schnell aus Kämpfen zu fliehen. Ich habe bei den 45er Talent die Katzen Affinität, also die, äh, die Wildheitsfähigkeit geskillt. Also ich halt als Katze hier ein paar Attacken ausüben kann. Ähm, ist Gewöhnungssache. Vorher habe ich, ähm, die Gleichgewichtsskillung gehabt, dass ich halt als Eule so ein bisschen, äh, Schaden machen kann. Aber du machst halt, ähm, also das ist meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, in kürzeren Zeitpunkten, ähm, sprich in Kämpfen, die nicht ganz so lange dauern, mit der Katzen, äh, Affinität, beziehungsweise mit der Katze, äh, wesentlich mehr AE-Schaden, was ja dann wichtig ist, wenn man zum Schaden machen kommt. Ja, als 60er Talent der Typhoon, ähm, ist wirklich ein schönes Gimmick, um, ja, Ads zu blocken, Ads wegzuschubsen, wenn man Agro hat oder Ads hat, die random Agro haben und man selber wird attackiert, um ja einfach wieder ein bisschen Luft zwischen, äh, dem Mob und und sich selbst zu bringen. Wenn blutig zum Beispiel da ist und der Tank, ähm, vergessen hat, die Ads wieder aus der Blutdickfitze rauszuholen, dann sind das quasi immer so die, äh, Gimmicks, die man, ja, mitnehmen kann, ne. Massenumschläfung ist auch cool. Das ist quasi, ähm, Wurzeln im AE-Bereich. Mega cool. Haben ein paar Mal schon getestet, aber, also ich brauche Typhoon leider öfter. Ansonsten würde ich wahrscheinlich mit Massenumschläfung arbeiten. Ähm, bei dem 75er Talent habe ich den Guten Daumen gewählt, der quasi dafür sorgt, dass einfach Verjüngung und Buff bekommt. Ähm, warum? Verjüngung ist mitunter, ja, der stärkste Zauber, den ich, ähm, mitbenutzen kann von den spontanen Zaubern. Ihr arbeitet sehr viel mit spontanen Zaubern, daher, ähm, habe ich mir gedacht, diese auch etwas mehr zu pushen. Nachwachsen ist richtig gut, richtig stark, aber, ähm, also benutze ich wirklich nur dann, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist. Ansonsten probiere ich das immer so zu managen und zu handhaben. Bei dem 90er Talent, bei den Afixen mit Erdbeben letzte Woche, ähm, habe ich die Frühlingsblüten geskillt. Das erlaubt mir einfach, ja, bei erblühen, geheilten Zielen zusätzlich im Verlauf von 6 Sekunden nochmal extra hier rauszuhauen. Dann haben wir die, ähm, Photosynthese. Die sorgt halt dafür, dass, ähm, mein blühendes Leben, äh, zwei Möglichkeiten hat, eingesetzt zu werden. Einmal im AI-Bereich und einmal im Single-Target-Bereich. Das ist ganz cool, denn so habt ihr wirklich im Single-Target-Bereich einen sehr starken, also noch stärkeren, äh, Healdot, der wirklich gut ist, und im AI-Bereich einfach die Möglichkeit, noch mehr Dots rauszuhauen, ähm, Dots, mehr Hots rauszuhauen. Ist, ähm, cooles Gimmick, behalte ich auch bei. Ähm, an dem Talentbaum ändert sich grundsätzlich nur immer mein 15er Talent bei den Afixen. Grundsätzlich probiere ich mit diesem Spec hier immer alle anderen Afixen mitzuspielen. Sollte ich, ähm, zu gewissen Gelegenheiten Tatsache mal umspecken oder einen Verbesserungsvorschlag haben, werde ich die nochmal nachtragen. In dem persönlichen Geiz von mir. Ähm, das ist erstmal die Talentskillung an sich, mit der ich gespielt habe und wozu auch gleich die Videos kommen. Kommen wir zu den Acerid-Items. Die habe ich bei der Aufzählung dann vergessen. Ähm, ich habe leider nicht die besten Slot-Items. Ich habe gute Items, aber leider nicht die besten Slots. Ähm, mein Verjüngung habe ich bei dem Kopf nicht geskillt, weil ich einfach, ähm, rasche Heilung sehr gebufft habe in der letzten Woche. Also ich habe extra nochmal Muskillt, um halt extra Heal rauszuhauen. Ähm, gibt halt, ähm, rasche Heilung auch noch ein Heal dort, der wiederum profitiert von blühenden Lehm im AI-Bereich. Ähm, ganz cool. Nice to have. Ähm, die anderen Gimmicks habe ich so ausgelegt, dass sie halt, ähm, irgendwie, ja, entweder meine Heilungszauber pushen oder ich halt Sekundärattribute bekomme, wie zum Beispiel Tempo. Äh, oder Mainstats. Intelligent. Also es ist für mich auch sehr relevant gewesen. Deswegen überwältigende Kraft. Schild muss ich nicht erzählen. Das, äh, entweder es gilt mein Widersacher oder Schild. Ich nehme das Schild mit, weil es einfach bei Erdbeben oder vulkanisch, wenn man halt doch mal stehen bleiben muss, oder man bei Erdbeben in der Gruppe steht, einfach, ähm, dafür sorgt, dass man ja nicht ganz so viel Schaden kassiert. Bei meiner Schulter ist es ein bisschen anders. Da habe ich nachwachsend geskillt. Einfach, um es mal auszuprobieren. Ähm, werde aber wieder schwenken auf Verjägung. Ähm, wie gesagt, das sind leider nicht die besten Slot-Items. Das sind jetzt einfach die Items, die ich angelegt habe. Die könnt ihr auch quasi bei mir im Raider EU-Score, ähm, beziehungsweise im WoW-Arsenal nachgucken. Ähm, dann seht ihr ja im Prinzip mit welcher Konstellation der Azerid-Items sich derzeit spiele. Hier haben wir nochmal die Brust, mit rascher Heilung, blühendes Leben. Hier ist wieder dieser Tempo-Buff, diese Lebensgeschwindigkeit, von der ich euch erzählt habe. Der ist halt nice to have, gut für mich, denn, äh, Tempo und, ähm, Mastery sind schon over the top von den Sekundärattributen, auf die ihr setzen solltet. Trinkets, habe ich zwei schöne Trinkets dazu bekommen. Das Totem ist ganz gut. Auch das ist wieder ein Überzeitzeitung sauber. Ähm, profitiert leider nicht von eurem blühendes Leben. Und da es einfach nur ein Trinket-Effekt ist. Und, ähm, ja, der Mastery-Buff von dem nächsten, beziehungsweise der Int-Buff von dem Trinket, ähm, was halt Mastery mitbringt. Tendenziell seht ihr, ich bin bei zwölf Prozent Crit, bei 23 Prozent, ist es weiß, was ich auch, bei 23 Prozent Tempo, zwölf Mastery, sieben Versa und vier Vermeidung. Tendenziell sind gute, gute Werte, mit denen man arbeiten kann, ähm, ich denke, da braucht man auch nicht weiter großartig was zu sagen. Also, wenn ihr Fragen dazu haben solltet, stellt sie einfach unten kurz in den, in den Kommentaren rein, kann ich darauf antworten. Oder, gegebenenfalls, wenn ich keine Antwort habe, nochmal danach recherchieren, um euch eine passende Antwort zu liefern. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Heilen von Zingetages. Ich denke, das ist ja das, was euch sowieso am meisten interessiert, wie ist denn die Rotation einzuhalten. Wobei ich immer sage, eine Rotation an sich gibt es nicht. Das sind immer eher so bestimmte Phasen, wo man halt, ähm, sagen kann, okay, gut, jetzt kommt viel Schaden rein, da muss ich die und die und die Aktion ausüben. Jetzt kommt wenig, oder mäßig Schaden rein, na, dann kann ich halt ein bisschen softer spielen. Wenig mäßig Schaden ist halt im Single Target immer blühendes Leben. Auf dem Tank lassen, ne, das seht ihr hier. Und dann halt Verjüngung mit drauf. Das ist sehr wichtig, denn, äh, beide Sachen profitieren, ähm, von eurem Speed Tempo und von der Mastery. Und desto höher Tempo Mastery ist, desto höher sind eure Heilungsfertigkeiten. Wenn ihr jetzt, ähm, mal Schaden dazu bekommen solltet, oder ihr merkt, dass der Tank schnell droppt, dann könnt ihr entweder schnell mit rascher Hellung dagegen wirken und instant ein Nachwachsen hinterherhauen, um dann euer blühendes Leben und Verjüngung wieder nachzukasten. In der Regel reicht das aus. Sollte das nicht reichen, legt ihr noch euren, euren Kreis, wie heißt der eigentlich, ähm, Erblühen, und hier Kreis noch dazu, dann habt ihr quasi, ähm, vier Dots, äh, vier Hotstar, die den Tank hochheilen. Sollte das immer noch nicht ausreichen, nutzt ein Twinket, zündet ein Twinket meinetwegen, spammt ein-, zweimal Nachwachsen, ähm, ihr habt ja mit der Spielweise, die ich derzeit gespielt habe, zwei Aufladungen von rascher Heilung und könnt dann instant nochmal, äh, rascher Heilung nachsetzen. Achtet halt wirklich nur darauf, dass ihr blühendes Leben immer oben haltet bei Single-Target-Kämpfen, und zwar auf dem Tank. Als Death-Cooldowns für euch selber habt ihr einmal die Baumrinde und ihr könnt eine, ähm, was ist das, Eisenborka verteilen auf, ähm, um verbündete Ziele, oder halt auf euch selbst. Ich probiere das halt immer für den Tank aufzuheben, oder wenn ihr wirklich mal die Kacke am Dampfer ist, im AI kämpfen, und da kommt wirklich vier Schaden rein, dann spamm ich das auch schon mal auf dem DD. Ihr selber könnt immer quasi mit Baumrinde euren, ähm, Schaden absorbieren, oder ihr geht halt einfach in die Bärengestalt, und hart, äh, wartet einfach den ankommenden Schaden ab, wie zum Beispiel in Boralus beim ersten Boss, wenn ihr jetzt, ähm, ins Target genommen werdet, und, ähm, ihr es nicht schafft, rechtzeitig in die Baumrinde reinzurennen, dann wirft ihr doch so eine Kette zu euch, geht einfach mit Baumrinde in die Bärengestalt, und dann habt ihr da keine Probleme. Ja. Na, jetzt seht ihr, dass ich hier quasi, ähm, auf den Tank die Holz draufsetze, äh, ihr seht, dass er halt permanent hochgeheilt wird, die grünen Zahlen über seinen Schädel, und so kann ich halt gleich wieder mit in die Katzengestalt und Schaden machen. Im AE-Bereich sieht das alles schon ein bisschen anders aus. Im AE-Bereich probiert ihr euch, ähm, blühendes Lehm selber zu geben, ähm, dass ihr quasi den Speed-Buff habt, ja, und probiert dann mit dem Erblühen, also mit dem Heal-Kreis, ähm, größtmöglichst eure Gruppe in den, in den Target-Bereich zu bekommen, und spammt dann einfach einmal Wildwuchs. Wildwuchs ist ein AE-Heal-Dot, seht ihr hier jetzt bei den zwei Targets, die ihr gerade zufälligerweise stehen, auch, und, ähm, ja, es ist dann einfach noch Verjüngung danach, ne, habt so schon wirklich, ähm, starke Heal-Zauber, notfalls einfach nur ein Twinket zünden, rasche Heilung nochmal benutzen, ja, wenn es wirklich ein Mann ist, Wildwuchs nachcasten, dann den Kreis wieder unten legen, erblühen, und wenn der Schaden immer noch nicht reichen sollte, jetzt hier habt ihr das Parade-Beispiel dafür, dass Erdbeben quasi auf alle draufgegangen ist, jetzt, ähm, setze ich meine Hots, äh, erblühen auf mich, dass meine Hots schneller ticken, achtet einfach auf die grünen Zahlen, und dann seht ihr, boah, gut, im normalen Kampfstil, ohne großartig Burst-Damage, das ist echt eine gute Möglichkeit, die Gruppe wieder hochzuhalten. Dann gibt's noch eine zweite AE-Spielweise, wenn ihr viel AOE-Schaden bekommt, das ist der AOE-Burst-Schaden, ähm, achtet drauf, dass ihr Erblühen wieder auf euch castet, verteilt schnell Wildwuchs, vielleicht habt ihr auch noch Zeit, ein- oder zweimal, ähm, Verjüngung zu casten, und dann spammt ihr Gelassenheit. Gelassenheit ist euer größter Heilungs-Zauber-Cooldown, drei Minuten, hat der Kollege, und der pusht euer Heal-Meter wirklich sensationell nach oben. Jetzt hier in der Situation merke ich einfach, dass die normalen Hotze nicht mehr reichen, hab jetzt quasi auf allen, ähm, Verjüngung drauf, auf mir Erblühen, und musste einfach, ähm, meine Gelassenheit usen, um, halt, den Schaden komplett zu absorbieren, beziehungsweise dagegen zu wirken. Seht ihr auch anhand des Heal-Meters. Alles in allem ist das wirklich schon alles, ihr seht, das ist kein Hexenwerk, ähm, wichtig ist, ihr müsst probieren, bestimmte Situationen in den Dungeons, ähm, ähm, ja, vorherzusehen. Das lernt man aber erst im Eifer des Gefechts, das heißt, desto höher quasi ihr die Dungeon lauft, desto öfter ihr diese Dungeons lauft, desto mehr wisst ihr auch, wann welche Schadensquellen eintreffen. Und dann könnt ihr einfach mit euren Hotze dagegenhalten. Das ist wirklich cool, macht mega Spaß, und ihr habt dann, wenn ihr das gut timet, auch noch extrem Spaß und Zeit, mit eurer Katze nebenbei Schaden zu machen, ne. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Und, ja, kann schon mal für den einen oder anderen Kay, ähm, dafür sorgen, dass ihr den vielleicht plus 1 oder plus 2 oder generell in Time spielt, gerade was so 15, 16, 17, ähm, ist. Ja, jetzt auch hier in dem Fall, äh, kann ich euch nur empfehlen, auch mal bei, ähm, Red AO die einzelnen, äh, Leaderboards durchzugucken, und euch halt passend dazu, auch mal den ein oder anderen Heal-Druiden mit anzugucken. Ähm, dass ihr einfach auch so bestimmte Sachen mal verknüpfen könnt, vergleichen könnt, ähm, wie, was, wo, wann. Ähm, ich hab da mal so spezielle Kandidaten, die ich halt auch sehr gerne verfolge, ähm, MDI, etc., pt, äh, pp, und, ja, kann euch nur sagen, das lohnt sich da mal reinzugucken. Gehen wir einfach mal ins VW-Arsenal, ähm, und suchen uns natürlich den deutschsprachigen Support, weil wir machen ja Guides auf Deutsch extra für euch. Und, ähm, gucken uns dann einfach mal an, wie er zum Beispiel geskillt hat, oder was er für Acerid-Items benutzt, ne. Ähm, das kann man dann halt alles auch perfekt nachrecherchieren, äh, wieso, weshalb, warum. Ihr seht hier da auch mal die Verzauberung mit drauf, ne. Auf der Waffe auf den Ringen. Ihr könnt seine Talente einsehen. Also, es ist schon nicht schlecht. Immer ein gutes Indiz, selber nochmal nachzugucken, ob, ähm, ja, die Spielweise von euch richtig ist, oder ob man vielleicht doch noch sagen kann, man macht was besser. Ja, ich hoffe, bis dato hattet ihr viel Spaß. Ich hoffe, dass, ähm, das euch so gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da oben da, vielleicht auch ein Abo. Ich würde mich freuen, wäre ganz witzig. Ähm, zeigt mir, dass ihr doch Interesse habt, mal den ein oder anderen Guide zu bekommen. Ja, das war's von mir. Viel Spaß. Habt ein schönes, langes Wochenende. Fix steht vor der Tür. Von daher, see you later. Bye-bye.